So Freunde, der Markus sucht gerade einen Track für den Vlog die Woche aus. Wir waren im Baumarkt, haben ein bisschen rumgebastelt und nehmen euch die Woche in der Uli-Stunde mit. Gibt es einen E.O.R.O.S. die Woche? Ja, höchstens über uns selber, wenn wir nichts auf die Recken. Fair enough. Die erste Übung ist immer eine Kniebeugenübung, die zweite Übung ist immer eine Baubübung. So Freunde, der Rack ist runter und jetzt machen wir die Wand fest. Baut you? Baut ihr? Baut ihr? Mmmh... Fertig ist die Ritter, ich mag vor was.